Moinsinn! Es gibt mal wieder ein schönes Video auf die Augen und heute wird's ein Highlight-Video. Viel Spaß! Ab nach dem Inscro! Alter, wie viele Clips habt ihr denn gepostet, Chat? Da gibt's ja bald wieder ein Highlight-Video. Chat war fleißig. Schön, Chat. Ist mir noch jemand, der unterstellt sich für den gelben Flakken ignoriert. Wir haben ein Kabel mit drinne. Ich hätte eigentlich... Wir haben auch eine Katze drinne. Die war auch dabei, scheinbar im Lieferumfang. Vor allen Dingen zieht der da vor mir rum, als wenn er irgendwie grad mit dem Pimmel im Wind schlackert. so... Ich denk mir so, was ist mit dir denn entspannt? Such dir mal eine Linie aus. Oh, ich hab gerade total die geile Idee für den Pun-Attack-Lied. Das Schnieschner-Schnappi-Lied einfach umgesucht. Knie-Knack-Knack-Knack-Knack-Knack-Knack-Knack-Knack-Knack-Knack-Knack-Knack-Knack-Knack-Knack-Knack-Knack-Knack-Knack-Knack-Knack-Knack-Knack-Knack-Knack-Knack-Knack-Knack-Knack-Knack-Knack-Knack-Knack-Knack-Knack-Knack-Knack-Knack-Knack-Knack-Knack-Knack-Knack-Knack-Knack-Knack-Knack-Knack-Knack-Knack-Knack-Knack-Knack-Knack-Knack-Knack-Knack-Knack-Knack-Knack-Knack-Knack-Knack-Knack-Knack-Knack-Knack-Knack-Knack-Knack-Knack-Knack-Knack ich bin der wheelbase aus dem fahnden guter sinn der war spitze ja jetzt sagen wir bitte ich hab lol ich hab drei reifen drauf ich gehe kotzen oh mein gott still there still there you're in the middle 3-1 right side clear you're in the middle clear clear all around watch those track limits or we'll get a penalty oh disposable rhino ich verhafte dich wegen sexy allah meine fresse hast du führerschein im lotto gewonnen mann seh zu nur dann drücke machen die sich ja genauso wie eine schwelle im pizza schon wild jonas macht platz jonas ich liebe dich ich bin dein kind von dir we will we will.. rock you chk 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 vor dir hey, dass... dass trifft nichts die kreisliga cs und htd sie am stissl und point Du mich und ich dich? Ja, wir sind super gut miteinander. Ja, aber das ist nichts am vorn. Ich halte mal lieber Abstand. Vorsicht Blaubi. Wollen wir dir die Zange nehmen? Ja, logisch. Warte. Ja, ich hab ihn gedreht. Geil, Dien. 10 von 10. One recommend. Oha. 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 Let's re Source! M soorten! Oh! Das Gute! Das ist geil! 生活as Das istwallende Alter! 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 Alter, Alter! die stelle man fahren wir eigentlich mal borsche auf barcelona morgen eine stunde zehn ungefähr die stanz w jetzt sagt einer wir haben geträgt oh gott mikrofon aktiviert genau das kann der schrift geguckt das war deine falsche entscheidung du kleiner sportsfreund ja aber nicht noch mal auch bis jetzt so war nicht schlimm erfanden du kannst jetzt schon lieber ganz kurzen schnabel halten weil ich bin gerade am überlegen denken wir immer schon treffeligen das deutsche bahn raus aus meinem kopf ob wir müssen müssen früher bremsen aus engel kölnischen bewusachen in der polize kann man mehrere sagen vorfallbeschreibung weil ich über den körper und trifft und drehen uns also ich schreibe das mal so also wir sind da auf der gerade mit vollgas und er so neben uns das ist so das klingt wie die paint kräsentation und da bremste er wie verrückt und dann schwarzes noch dann auf einmal auf einmal macht er macht er macht er den curb master 3000 auto komplett to the moon und bämm rein in unser auto und wir so und wir so und wir so lass mal Da vorne ist auch wild. Lass mal im Sand, kannst du spielen. Mach den, ja. Der Vorfall war wild. Danke. Kussi, kussi. Ich hoffe mal, die sind nicht sauer und haben wenigstens ein bisschen was zu machen. Ich möchte sowas ja immer ein bisschen humorvoller machen. Ciao, Jungs. Mit einem Auto, was auf Kiel Alarm hier eigentlich komplett zackt. Haben wir den Sieg geholt. Ja. Durch sauberes Fahren. Das saubere Fahren hat mir sehr gut gefallen, aber ja, ja, doch. Durch total sauberes Fahren. Eieieiei. Ich möchte mich jetzt schon bei euch allen nach vorne in aller Form entschuldigen. Weil das werden wir hier vor Startziel erledigen. Oh Gott. Naja, die sind ja sorgbar auf das 3. Oh, ich habe eine recht schlechte Nachricht. Ich mache Freier auf. Oh. Alter. Okay. Oh. was erwartest du da jetzt kannst du dich hinter dem gt4 anbremsen gt3 gleich nichts rüber und reinhalten sag mal müssen wir jetzt mal gt4 schulung machen oder was ja man könnte sagen ich bin zaghaft oder du bist ein bisschen hart zu ihm bitte ralf fällst du mir den rücken gerade und tschüss content machen ist geil also euro bei mir gab es keinen witz ich habe mit nullkarts übergeben machen wir jetzt eine gruppe auf oder so gut gepasst das hat so gut gepasst jetzt gehen auch einfach vom chaos danke große musik auch gedacht haben bitte war jetzt wird will alle hast du es nicht streicheln der bremse pass ich da auch noch rein wir werden uns alle hassen jetzt schon kommt auch davon aus der eine herr und der andere warte du endlich aus klingt gut zwei auf einen streich schnallup so was macht ihr jetzt hier außenrum ok hier außenrum hier auch außenrum ok das war ganz ok ich wollte gerade das lied anstimmen hey du schön dass du es bis zum ende geschafft hast freut mich sehr lass doch mal ein däumchen da und penetriere mal die kommentarbox ein bisschen und abonniere doch mal den kanal das würde mich freuen und dann sehen wir uns im nächsten bis dann